IFBB Pro Mike Sommerfeld wird präsentiert von CLIMAX. Dein Partner für Fitness Essentials. Lexa, we have a cool new check, right? Let's do it. Bam, bam and boom. Oh yeah. Babe, hast du Bock auf ein Peanut Chocolate Shake heute? Ja, habe ich. Geil. Und wir haben einen neuen geilen Booster. Welchen haben wir denn? Sour Melon. Und dann trinken wir den jetzt mal. Oh shit, let's go. Wir haben den Favoriten. Das war's. 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 Okay, Leute und Mädels. Ich und ich hier ballen heute Prost und Arme. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Let's go! Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ich wünsche euch jetzt den meisten Playboy-Mansion. Turn to the side. Oh, what the fuck? What is that? You had a surgery, right? No. It's an implant. My new implant. An implant. It's an implant. We'll have to go. It's an kit. It's an implant. You had a surgery, right? You had a surgery. You have a surgery, right? You have a surgery, right? No. Bis zum nächsten Mal. Und wir haben was richtig geiles. Ich erinnere mich an meine Tage damals bei PEEK und ich wollte unbedingt Coco Choco, also Bounty Geschmack und Peanut Chocolate Chip und das gibt es als Whey Isolat. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich darauf freue. Das ist die leckerste Proteinsorte, die es für mich persönlich gibt. Es ist... Ich habe es so vermisst. So, bitte geh auf. Ich habe so Hunger. Aber das coole ist, die haben richtig geile Verpackungen. Die haben so einen extra coolen Klett und der geht nicht mehr auf. Diese komischen... Ich zeig euch das mal. Schaut mal. Hier. Es geht nicht mehr auf. Oh man. Okay. Alright, now. The time has come. So. Zwei in halb scoops. Shout out to all those PEEK guys. We have some ice cold water over here. You wanna try some? Okay. Well babe, you wanna try some? Yes, of course. Of course. You will. Love it. You will love it. There you go, brother. Thank you. Und? Schmeckt wie damals. Schmeckt wie damals? Oh my god. So lecker. Oh man, so good. Schatz, probier mal. Krank, ne? Krank, ne? It's really tasty. Yeah, you will love it. Try it. Try it faster. Oh my god. That's really good. And there's no shit in it. Like it's real way isolate. Yes. It's really good. Jetzt geht her. Dude, Schäcker. It's great. It's really good.